Ihr seid so geiles Fußball, ihr könnt so geilen Fußball spielen. Draußen, wunderbar auf Platz, schön feucht, die Kugel wird richtig schnell. Zuschauer sind da, Heimspiel, Flutlicht, Männer. Viel besser geht's ja gar nicht, viel besser geht's ja gar nicht. Dafür spielen wir alle Fußball. Als wir so klein waren, haben wir gesagt, wir haben mal in das Stadion gehen. Und das ist voll. Und wir können da Fußball spielen. Das ist ein Traum für uns. Das ist ein Traum. Den haben wir, den haben wir. Geht da raus und habt einfach Spaß am Fußball. Habt Bock drauf. Könnt ihr euch auf eure Aufgaben? Dann setzt ihr um, voll an einen Schaden und dann werden wir das Thema auch ziehen. Jeder Einzelne schüppelt drauf. Auf geht's weiter.